Hallo ihr Lieben, wir sind's aus dem Studio in Hamburg. Wir stecken mitten in den Tourvorbereitungen, denn jetzt geht es los. Endlich, 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 wir kommen auf Tour. Ja, Mitte April geht's los, 16.04. in Wolfsburg und dann sind wir unterwegs bis zum 3.05. Tickets könnt ihr überall da kaufen, wo man Tickets kaufen kann oder im Netz. Ja, wir freuen uns auf euch. Bis dann, tschüss. 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 Bis dann, tschüss.